Platz zum Flanken und da ist Edmund Kaplany, da ist Edmund Kaplany, sein drittes Saisontor. Drei Tore hintereinander, der sieht da richtig gut aus, macht da alles richtig gegen Rau, den Innenverteidiger, den Jungen von Erzgebirge Aue, da ist die Cleverness-Sieger sozusagen. 1 zu 0, nichts zu halten aus der Distanz für Menne, das lange Bein von Kaplany, alles richtig gemacht. Der neue Stürmer nach einer Vorlage des neuen Flankengebers, die Neuen in der Koproduktion, 1 zu 0, Führung Kland jubelt tatsächlich.